Herzlich Willkommen zur Streckenvorstellung mit mir Dennis Bräuninger auf dem Norisring im Chefroulette Cruz. So los geht's, runter zur Grundekehre, schnellster Punkt der Stelle, beste Überholmöglichkeit der Stelle und auch gleichzeitig das größte Gefahrenpotential hier nach dem Start. So, wieder durchbeschleunigen vom ersten Gang, hoch in den vierten Gang Richtung Schöller S. Hier muss man gucken, dass man den Bremspunkt sauber trifft, innen etwas den Körb mitnehmen, Auto muss ruhig bleiben, innen nahen die Wand ran, außen bis an die Steinwand. Hier werden einige Spiegel im Rennen fliegen gehen. Wieder voll durchbeschleunigen, hoch in den fünften Gang, runter zur Dutzendteichkehre, spätes Anbremsen, hier eventuell auch eine Überholmöglichkeit. Oder eben, man muss sich hier schon positionieren für die lange Gerade, um eben das Ganze dann wieder in der Grundekehre abzuschließen. Ja, das war eine kurze Runde mit mir auf dem Norisring. Ja, das war eine kurze Runde. Genau.